Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Bitcoin auf Rekordjagd im Jahr 2024. Wusstest du, dass Bitcoin jetzt mehr wert ist als Tesla und Netflix zusammen? Aber das ist noch nicht alles. Bitcoin nähert sich historischen Höchstständen. Bleibt dran, denn das ist erst der Anfang. Im November 2024 hat Bitcoin die Welt erneut überrascht. Mit einer Marktkapitalisierung von über 1,8 Billionen Dollar ist es jetzt größer als Tesla und Netflix zusammen. Doch wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das für die Zukunft von Bitcoin? Nach den US-Wahlen 2024 hat Bitcoin massiv profitiert. Von den 58 Pro-Krypto-Kandidaten, die von PAX unterstützt wurden, haben 50 ihre Wahlen gewonnen. Das signalisiert, der Regulierungsrahmen könnte bald viel kryptofreundlicher werden. In den letzten sieben Tagen flossen unglaubliche 145 Milliarden Dollar in Bitcoin. Und das war nur der Anfang. Mit einem Rekordhandelsvolumen von 38 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag durch Bitcoin ETFs, Coinbase und MicroStrategy ist Bitcoin heißer denn je. Und falls du dich jetzt fragst, wie RealFOMO im Kryptobereich ist, Coinbase ist gerade die am zweithäufigsten heruntergeladene Finanz-App im App Store geworden. Erst letzte Woche war sie die am 33. am häufigsten heruntergeladene Finanz-App. Alles, da Bitcoin gerade zum ersten Mal in der Geschichte die 90.000 Dollar Marke erreicht hat. Und wahrscheinlich wird Coinbase beim Dreh dieses Videos die Nummer 1 sein. Trotz all diesen positiven Nachrichten ist Bitcoin noch weit davon erfährt, seine potenziellen Grenzen zu erreichen. Es ist derzeit nur halb so groß wie Nvidia, das mit 3,7 Billionen Dollar das größte börsennotierte Unternehmen der Welt ist. Um diese Lücke zu schließen, müsste Bitcoin auf unglaubliche 185.000 Dollar steigen. Doch das ist nicht alles. Trotz seines aktuellen Erfolgs ist Gold immer noch zehnmal größer als Bitcoin. Und kann Bitcoin diesen Abstand irgendwann schließen? Das ist die goldene Frage. Eins ist sicher, Bitcoin ist zurück und stärker als je zuvor. Doch wie weit kann es gehen? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare und abonniere meinen Kanal. Was glaubst du, erreicht Bitcoin noch 2024 die 100.000 Dollar Marke? Wir werden sehen, wie weit FOMO den Preis treiben wird. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.